Hallöle, mit dem Christbaum hinten, juhu. Ja, nöger, ich hab's gesehen, du hast so alles schon weihnachtlich geschmückt, ne? Ja, ich bin richtig eskaliert und hab irgendwie trotzdem zu wenig, aber ich lieb's. Weihnachtskind, das sieht richtig gut aus, ich hab's gesehen, das sieht richtig, richtig schön aus. Dankeschön, ja, ich hab's mir auch sehr ähnlich so vorgestellt, wie es am Ende jetzt geworden ist, vor allem mit meiner, die Empore, was ich hab, mit der Gelande drum und der Weihnachtsbaum, richtig fett. Das waren meine Hauptpunkte, die sind genauso geworden, wie sie vor heute. Wow, Janett, hallo. Ey, cool, das sieht richtig gut aus, das hab ich gesehen, richtig schön. Dankeschön. Ja, die sind heute schon zweit, ne? Die Yvonne, die kann ich gar nicht. Ja, die blöde Kuh. Aber wir können ja richtig über Eye of the One auch lästern. Und Bachelor in Paradise, das war eine richtig krasse Folge. Ich hab auch gedacht so, als Yvonne gesagt hat, dass sie erst so 10, 15, was auch immer Minuten später kommt, und vielleicht so, geil, Tanner und ich, wir werden einfach so hart über Bachelor in Paradise lästern. Das hab ich auch gedacht, ne? So zwei Körper, ein Gehirn, ne? Ist so. Das wird, also Leute, heute Bachelor in Paradise, are you the one? Was noch? Temptation Island. Temptation Island. Also alles, was in der Welt beginnt, alles. Wir sind für alles da. Ist so. Oh Gott, ich hab, ich muss sagen, mein Personal Trainer kam grad zu spät, und ich bin vor 10 Minuten erst, weil ich mit Sport gewesen bin, so, naja, so läuft's jetzt. Und gibt's jetzt, hast du schon so, merkst du irgendwas an deinem Körper, dass sich was verändert? Ich merke, dass das, was ich früher als Muskelkater empfand, gar kein Muskelkater war, weil ich gar keine Muskeln hatte. Jetzt ist es irgendwie doof, weil jetzt merke ich, dass ich da Muskeln hab und dann tut's noch mehr weh, aber ich merke schon einen Unterschied, das ist irgendwie nice. Ich weiß, ich bin Sport langsam. Gut. Ja, das ist richtig gut, ja, ich kann es mir gut vorstellen, weil ich bin ja auch so ungefähr zwei bis dreimal die Woche beim Sport übte. Könnte ich gar nicht so dahin gehen, zwei bis dreimal die Woche, ich hätte nie die Motivation. Weißt du, ja, wenn du dich halt mit Freunden zusammen triffst, ja, seit Jahren schon, meine Brüder, die machen ja auch Sport mit, weißt du, die gehen ja auch wieder hin, das ist schon richtig cool. Also ich muss sagen, ohne Sport, hat dieser Dennis ja, glaube ich, gesagt, weißt du, noch bei Eye of the One? Mhm. Ein guter Einstieg. Genau. Und der meinte ja irgendwie, dass ihn das schon, weil er wurde ja vorher krass gemobbt, glaube ich. Und der ist dann selbstbewusster geworden. Genau. Das ist so eine eigene Disziplin, so Erfolgserlebnisse beim Sport, also finde ich super. Ich finde auch, ich konnte den Punkt verstehen, wenn man das sagt mit, hey, der Sport hat mich selbstbewusster gemacht, so mit, ich konnte mich auf Dinge fokussieren, ich habe irgendwie Veränderungen gemerkt und die hat mich stolz gemacht. Da denke ich mir so, yes, aber irgendwie, wie er es so formuliert hat, war es so, weil ich jetzt geiler aussehe, fühle ich mich selbstbewusster. Ja, er ist so total Mr. Self-Confident, ne, denkt er, also es ist krass. Also er sagt doch, ich habe keine Konkurrenz, sagt er. Ja, also wo dieser eine, er wie, nee, Marvin reinkam mit dem W. Ja, mit dem W. So ein billiger Abklatsch von Calvin, weißt du? Ich finde, Marvin sieht aus wie ein Ken, nur mit blonden Haaren, weil sein Gesicht sieht so glatt aus, so, also so, 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 so Plastik, so, also es ist so künstlich, also nicht, dass er aufgespritzt ist oder so, aber ich fand sein gesamter Gesicht, sein gesamter Kopf sah für mich aus wie so eine Puppe. Das stimmt, ja, ja, das stimmt, ja, also er denkt ja auch, der wäre wirklich geil. Also wir haben ganz, ganz viele selbstverliebte Drama-Queens drinnen, ne, also. Ja, ich, ich finde irgendwie, die Männer finden sich alle geil und die Frauen sagen die ganze Zeit, ich hätte keinen komplizierten Mann, der mir nicht sagt, dass er mich geil findet. Ey, danke, ne, also das habe ich auch in meiner, in meiner, in meinem Review gesagt und ich dachte so, was ist denn los mit den Frauen, wieso wollen denn alle irgendwie einen eifersüchtigen Typen, wie die Dorner sagt ja auch so, so eine richtige Mann-Frau-Beziehung, die Frau ist süß und Leibner und der Mann ist dominant. Hä, was ist das? Gibt es das? Du musst mir ja ganz kurz mit Ayuzon starten, leider, das macht mich gerade selber traurig, auf die Sprünge helfen. Was ist das Ende von Zeug-Folge 2 gewesen? Wo sind wir da gerade? Bei 2 hatten wir eine Matchbox-Entscheidung von diesem, von Dorner und... Und dem Typen, dem... Offensichtlich dem Typen. Ken, genau, Ken, okay. Ja, gut, gut. Gut, dann weißt du, wo wir sind. Okay, sorry, tut mir so leid, ich bin aber voll nicht auf. So Ende der ersten Folge hatten wir auch eine Matchbox-Entscheidung, das war ja mit... Marvin und... Valeria. Valeria, genau. Die hat sich ja freiwillig gemeldet und fand ihn ja richtig rot und auf einmal war es halt kein Match, ne? Ich fände für mich, ich finde das eigentlich den schlauesten, also für Ego ist nicht den schlauesten Move, wenn du einen Typen siehst, wo du einfach denkst, die wussten ja nichts über den, wir haben jetzt das Vorstellungsvideo gesehen und die haben ja nur das Bild bekommen und so, wer will denn? Und dann finde ich das als Ego ist, ich muss mir super klug, sofort zu sagen, ich mache das, weil wenn dann ein perfektes Match ist, ja okay, ist eh unwahrscheinlich, aber wenn du ihn dann sofort ausschließen kannst, doch für dich ist das doch mega. Also was interessiert es nicht, wenn andere den ausschließen können? Das ist ja für die immer nicht so praktisch und deswegen ist es eigentlich mega, der Move zu sagen, ja ich gehe nach vorne und mache es, also. Das stimmt, ja, ich sage nochmal, Yvonne und Tobo können leider nicht heute, ja also mich holt es ab, ich mag das, ich meine, I am the one gefällt mir, weil da sind ganz ganz viele durchgeknallte Typen dabei, das finde ich super, irgendwie, das holt mich krass ab und ja. Was sagst du zu der Änderung dieses Jahr, wie findest du die? Am Anfang, ich weiß nicht, also ich glaube, die sind ja nicht so wirklich helle, ne? Und deswegen ist es ein bisschen problematisch. Also wenn du dir diese Aurelia anguckst, wie verpeilt die ist. Ich liebe Aurelia, ich hoffe, die tänzt jetzt durch alle Formate einmal durch und das wird hilarious, weil die ist ja sowas von neben der Spur, die ganze Zeit. Die ist aber so lustig, oder? Ja, das Problem ist aber, was man bei ihr sagen muss, es gibt ja so Leute, die lustig, ich finde zum Beispiel Melody, also nicht bei Aurelia, aber generell Melody, finde ich lustig, aber sie will bewusst lustig sein. Und Aurelia, finde ich, die ist lustig und wir lachen über sie und finden sie hilarious, aber das macht sie ja nicht extra. Nee, sie ist richtig authentisch, ne? In dem, was sie tut. Ja, schon, aber ich finde es halt manchmal auch ein bisschen traurig, wenn die halt so lustig sind, weil die einfach so verklatscht sind. Also es ist manchmal so... Ja. Und dann, was ich auch lustig finde von der Produktion, der eine Typ, dieser große, ich weiß nicht, dieser große Blonde, nicht... Ah, der, ja, klar. Der große Blondtyp, ja. Fühle ich. Ich weiß nicht, welche das ist. Ich glaube, ich weiß aber, wen du meinst, ich weiß, wen du meinst. Bei dem Einspieler irgendwie direkt korrekt zu reden, weil er so verhaspelt, weißt du? Wobei, ich habe das auch in meiner Reaction aufgenommen und ich fände, das fand ich sogar ein bisschen unfair, weil ich, weißt du, dir geht es wahrscheinlich genauso. Ich verhaspel mich beim Reden vor der Kamera auch häufig. Also, du hast so einen Satz, du hast so einen Satz, den du sagen willst und willst ihn ja natürlich dann perfekt ohne Fehler sagen. Also, selbst im echten Leben verspricht man sich ja immer toll oder fast witzig. Und du willst ihn vor der Kamera sagen und bist so, ach nee, so klang das Scheiße und machst es selbst auch zehnmal an. Aber wir schneiden natürlich das raus. Und alle Leute denken, wir sind so die eloquentesten Supergötter. Nein, wir schneiden das ja krass raus und wir können das ja richtig bearbeiten und so. Aber über den Moment dann die Produktion das drinnen lässt. Das ist richtig unfair. Ja, ich finde auch, also ich finde auch manchmal, also manche Outtakes sind halt lustig, wenn die sagen, hä, läuft die Kamera schon? Oder, oh, das war blöd, das sage ich dir, das kommt nicht rein. Also, das ist ja manchmal witzig. Aber wenn die die so absichtlich jetzt dumm darstellen, weil die sich verspricht, also man wirkt ja hardcore hinter, also super dumm. Wow, das war ein schöner Satz. Finde ich das sehr unfair, den Kandidaten gegenüber so reinzuschneiden. Also man kann sie gerne manchmal dümmer schneiden, als sie sind. Dann lachen wir nochmal alle mit. Aber das ist so, ich fand das sehr unfair, weil das super menschlich ist und man aber jetzt denkt, der ist dumm. Ja, ja, der kommt richtig so dumm rüber. Aber ich meine, wir wissen das ja, als Trashleute, die das halt kommentieren. Aber das ist natürlich nicht so doll, dass sie das wirklich so mitmachen oder mit reinziehen. Und das Spiel wieder, Eis am Spiel. Ich denke immer so, dass wirklich ein Jugendlicher, der so 13, 14 Jahre alt ist und der irgendwie gerade kurz davor seine Libido entdeckt hat. So heißen die Spiele auch. Ja, man muss sagen, der Vorteil ist halt, dass minderjährige selten TV-Now gucken, weil sie keine 5-Euro-Monate für hinlegen und die Eltern das nicht haben im Regelfall. Aber trotzdem ist es, ich finde es auch, kennst du, hast du die erste Staffel geguckt? Hm, dieses Jahr? Nein, die erste im, überhaupt. Achso, nee, die war mit Alex und so, ne? Ja, da war, oh ja, Alex und Giuliano war auch da bei Giuliano. Nee, hab ich nicht geguckt. Hab ich nicht geguckt. Die hab ich geguckt, da waren also auch viele, wie hieß der, oh Gott, wie war Ferhard? Ferhard war da auch in dieser Staffel drin, auch sehr witzig. Auf jeden Fall, da waren trotzdem auch einige drin und da waren mehr Normalo-Leute. Und selbst die jetzt Trash-Azis wirkten noch relativ normal im Gegensatz dazu, also fertig. Und da hatten sie aber auch Spiele, die auch mal körperliche Anstrengungen waren. Also die hatten sogar ein Spiel, da hab ich noch in Erinnerung, da wurden alle Männer an einem Seil zusammengebunden und die mussten sich nach außen ziehen und wer zuerst so an seinem Säckchen erreicht, der kommt's aufs Seil. Aber alle mussten halt darum kämpfen. Und das fand ich irgendwie war so ein Challenge. Ja, da geht's um Manneskraft, fand ich zwar ein bisschen problematisch, aber da geht's halt nicht drum, leckt mal alle miteinander rum, weil, ne? Da war aber auch so, oh mein Gott, das ist interessant, oh, wer setzt sich durch oder irgend so ein Kram. Oder manchmal mussten die irgendwas anderes Witziges machen. Ja, das ist halt asozialer geworden, ne? Ja, jetzt haben die halt nur noch bitte leck miteinander rum und oh mein Gott, weh, du küsst jetzt nicht alle, dann bist du ja super langweilig und Sophia rastet aus, so ein Scheiß. Also das find ich sehr schade, weil ich als Zuschauer fühl's nicht. Ich guck mir, wenn die die alle einmal abschlecken, sitz ich da so, schön, viel Spaß dabei. Also ich fühl das null. Ja, also es ist echt krass, ne, wie die dann da liegen oder sich gebückt haben und Sophia geht da rum und sagt so, das machst du schon mal ganz gut, ne? Da hast du schon mal Übung drin, glaub ich. Oder Dennis hat gefragt so, willst du heute Abend bei mir schlafen, ne? Und sie meinte so, nein, ich hab Kopfschmerzen, ich hab meine Tage oder so. Ja, sie wollte ich nicht, ja. Also im Grunde genommen wollte sie sagen, ich find dich richtig scheiße, ich hab keinen Bock auf dich. Dankeschön. Ich hab keinen Bock auf dich und du nervst und ich hab jetzt Lust auf einen anderen. Und dann meinte sie in der Küche doch irgendwie, sie steht auf diesem Tittenboy, ne? Auf Sasa, ja. Ja. Und die Vanessa, mit der er irgendwie rumtechtelt, mit ihrer piepsigen Stimme, das Flüstern, ja. Das ist richtig süß, ne? Bei ihr ist es halt so. Ich find ihre Stimme nicht piepsig, ich find ihre Stimme flüstern. Sie ist die ganze Zeit so weich am Reden, so, so. Aber sie will süß rüberkommen, ne? Ja, ja. Die brodelt ist unter der Oberfläche, hab ich das Gefühl, und sie denkt so, wo ist Karina? Wo ist Dorna? Die will ich auch umbringen, weißt du? Also... Ja, ich glaub, da wird so sehr viel krachen. Man hat ja auch, glaub ich, in der Vorschau gesehen, dass es einiges am Rumgefügel geben wird, das wird dann auch nochmal interessant. Ja. Ja, die hat, glaub ich... Das ist mein Megabaum. Ja, das ist ein Marx-Mega-Baum. Hast, ist auch... Dauernd doppeldeutig. Ich hab ein kurzer Disclaimer dafür wegen meinem Baum. Ich hab ja so viele Nachrichten bekommen und ich wollte eigentlich so ein Best-of, kann man für beides sagen, für einen großen Baum und einen großen You-Know. Weil ich kann so... Oh mein Gott, oh mein Gott, ist der groß. Oh mein Gott, der sieht aber schön aus. Oh mein Gott, wo hast du den denn her? Oh mein Gott, so einen hätte ich auch gerne. Das ging die ganze Zeit. Tausend. Ich hab's geliebt. Es gab so viele Gute, da muss ich immer rausschreiben, das war so toll. Ja. Ich schreib's immer raus und dann kannst du so ein Links machen. Also von wegen, wir haben ja alles geschrieben, was für einen tollen Baum ich... Ja, was ist hier mit gemeint, Leute? Ja, was ist damit gemeint? Ja, was gibt's nochmal, I of the One, was wir besprechen könnten? Weil das ist ja erst die erste Folge, zweite Folge, ne? Ja, ich finde, die erste Folge war halt nichts, weil irgendwie nur Dings kamen, irgendwie nur die Vorstellungen. Und die zweite Folge war jetzt nur das Rumgelecke und das Date, ne? Hm, das stimmt. Ja, und wollen wir lieber zu Bachelor in Paradise gehen? Ich glaub, das war ja gut stuff. Da ist ja die Luzi abgegangen. Du hast Folge 6 auch schon rausgehabt, ne? Nee, noch nicht. Ich war jetzt krank, weißt du? Aber ich hab's geschnitten, ja. Kleiner Hinweis beim Schnitt, schon mal für dich. Pass auf, dass du nicht zu viel Lüdias Gerüste zeigst, weil bei mir und auch bei Poltische Vita war 18+. Also die wollen, die sind dann grad ein bisschen... Okay, dann mach ich sie komplett weg, glaub ich. Ja, oder balk sie weg oder so. Das ist kleiner Hinweis. Aber die hat ja auch krasse zwei Argumente, oder? Weißt du, was das Schlimme ist? Ich merk da immer, wie gay ich bin. Bei erst, als das alle angesprochen haben, mir fällt das nicht auf. Frauen könnten solche Oschis haben. Ich merk das null. Null. Und alle so, wow, guck die. Und ich so, was denn? Ja, die Brüste. Die sind größer als normal? Ah, okay. Deswegen. Mit mir kannst du da voll nicht drüber reden. Also die hat richtig Bock auch drauf, die zu zeigen. Ja, das schon. Richtig Bock drauf. Wo war die vorher bei der Lüdias? In der Schweiz. Bachelor in der Schweiz. Und war da anscheinend... Die war, glaube ich, mit dem Erkan. Das war der Erkan, glaube ich. Erkan hat sie. Und da hat sie sich auch nubeln lassen, ne? Ja, sie hat sich von dem... Sie hat mit dem Geschlechtsverkehr den Akt durchgezogen. Ja, hat sie. Und hast du das Wortspiel mitbekommen? Hast du das Wortspiel mitbekommen? Wir wollten erst nicht. Aber dann ist man da irgendwie so reingerutscht. Ich habe dieses Wortspiel geliebt. Ich glaube, sie hat es nicht absichtlich gesagt. Aber ich habe es geliebt. Ey, das geht gar nicht. Überhaupt nicht. Also ich habe das Gefühl, sie hat sie gerade frisch machen lassen. Und dann ist sie da reingegangen, weißt du? Und alle meinten auch, ne? Shakira und die meinten so... Also ich weiß nicht, wo ich anders hingucken soll. Ich gucke nur noch auf die Hupen. Ja, ich fand auch, wie die Männer alle durchgedreht sind. Also Yannick hat man drauf standen sehen. Offensichtlich ja Max. Dann hat... Wer hat noch drauf gestarrt? Irgendjemand hat noch drauf gestarrt. So, aber das ist richtig schlimm. Umut witzigerweise nicht. Das ist ein bisschen stört. Nein, Shakira. Shakira fand die richtig... Ja, aber nee, auch von den... Ich meine auch von den Kerlen. Sein Kerl hat noch jemand so richtig draufgegeiert. Michi, nee. Nee, Michi auch nicht. Danilo, Danilo. Ah, Danilo, genau. Ja, also alle sind auf ihre Hupen. Ich habe auch kurz eigentlich gedacht, dass das Drama jetzt kommt, dass Danilo mit ihr durchbrennen will und Shakira rumheult. Aber nein, es hat... Also ich finde, dass Shakira und Danilo sich richtig gut verstehen. Bei denen läuft das richtig gut. Die fühlen sich auch... Weiß ich nicht. Die fühlen sich richtig gut. Und natürlich ist es scheiße für Jade, weil sie das zweite Mal jetzt erfahren musste, dass es nicht geklappt hat. Aber Jade hat ja auch selber Schuld, finde ich, weil sie hat ja mit ihm Max rumgemacht. Sofort. Ja, obwohl... Ich hatte... In meiner Erinnerung gerade, ich vergesse das bei Instant irgendwie. Sobald mein Video hochgeladen ist, vergesse ich instant, was alles passiert ist. Aber war es nicht so, dass auch Danilo, also dass Danilo und Jade irgendwie gleichzeitig gemerkt haben, es läuft nicht mehr so? Dann hat Jade mit Max rumgemacht und dann war Danilo erzürnt, obwohl es ja eh nicht mehr war. Also er wollte ja eigentlich auch nicht mehr. Also er war... Sie wollten beide nicht mehr. Er hat einen Grund gesucht, das stimmt, ja. Aber er hat nicht komplett irgendwie abgebrochen, sondern Jade hatte ja noch so vor wegen, wo sich die Shakira da vor die Kamera gestellt hat, weißt du noch? Wo die Max und hier Dings rumgemacht haben, Jade. Ja. Das fand ich natürlich nicht in Ordnung. Manchmal denke ich da so, Karma ist der Bitch, aber das ist schon ein bisschen heftig, dass Max so richtig voll Suff war, weil am nächsten Tag wusste er nicht wirklich, was passiert ist. Aber wie muss das auch für die Frau sein? Weil er hat dann irgendwie gesagt, so von wegen, die Rose bekommt dann die Lüge ja nicht. Und er wollte sich nicht weiterlassen. Also es ist auch irgendwie komisch, oder? Nee, ich glaube, da bin ich mir sehr sicher, dass das Ganze die Produktion pusht. Also wir haben jetzt vier Finalpaare. Ich glaube, wir haben auch regelmäßig so drei oder vier Finalpaare. Und die Produktion sagt auch so, ey, euch kauft man das nicht ab, ihr fliegt jetzt raus, aber ihr müsst das jetzt bitte so verpacken, dass ihr freiwillig geht. Also das sagt die Produktion denen. Also weiß ich nicht, aber ich bin mir so zu 90 Prozent sicher, dass das so in der Kamera abläuft, dass die Dream Dates wirklich für die Kandidaten sind, die lange genug rumtotend wirkten. Und dass die Produktion, also beim Finale zumindest, denen das sagt, hey, ihr dürft, wenn ihr wollt, ihr dürft auf keinen Fall, aber ihr müsst das so verpacken, dass ihr nicht wollt. So, glaube ich mir, stelle ich mir das vor. Ah, okay. Also hier schreibt jemand auch eine interessante Frage, ob wir das, findet ihr das falsch von Lydia? Also ich finde grundsätzlich, wenn man, egal Mann oder Frau, wenn man in so ein Format reingeht, dass man sofort irgendwie an dem ersten Abend knettern möchte. Das finde ich nicht okay. ob es Lydia ist oder Max ist oder ein anderer ist, also sei es Mann oder Frau, das Recht haben die, also es ist total legitim, können machen, worauf sie Lust haben. So das erste Mal, wenn man ins Haus geht und sofort knattert und gerade Jade hat ja eigentlich was mit Max gehabt, das ist nicht in Ordnung. Das finde ich nicht schön. Ja, ich fand, mein Problem war, glaube ich, auch das Überstürzte. Also auch dieses, also auch wenn die nicht zusammen sind oder kein Pärchen sind, waren die ja trotzdem ein Couple. Also ich finde das schon so einen leichten Verrat, wenn du sagst, wir beide sind es jetzt erst mal, wir beide wollen uns kennenlernen und dann hast du ja so eine Art Treue. Also du hast ja so eine Art, ihr seid jetzt zusammen, aber du hast so eine Art rübergebracht zu sagen, hey, wir beide machen das jetzt erst mal und gucken, wie es läuft und dann einfach hinter den Rücken dir eine nächste Olle zu schnappen und sie dann durchzubügeln, ist halt nicht so der Move. Also Lydia, finde ich, schuldet Jade nichts. Also wenn Max auf sie zukommt und sagt, ey, ich hätte Bock und sie sich denkt, I feel free, finde ich, Lydia hat so gesehen nichts falsch gemacht, sondern offensichtlich der Max. Aber ja, ich finde es auch komisch, sie ist ja auch reingekommen mit den Worten, ich wollte mich hier mal nicht hier wie beim Bachelor benehmen und direkt Sex haben und das Erste, was sie macht ist, ja komm, lass einfach Sex haben, was soll's und dann haben die so hardcore offensichtlich Sex. Und die Produktion hat es ja auch dahin gerollt, mit dieser Karte, wo sie meinten, mit wem möchtest du gerne auf ein Date und mit Max und Jade meinte so, mach worauf du Lust hast, kein Problem, wird ja so eine noch nicht eifersüchtig getan, weil gegenüber Max ist es ja glaube ich der Fall, wenn man sich so eifersüchtig zeigt oder irgendwie rumwinselt, dass er total Interesse verliert, das wollte halt Jade irgendwie nicht. Ich habe auch noch gleichzeitig bei Jade aber auch das Gefühl gehabt, sie war ja bei der letzten Staffel, wo sie war und auch die ganze Zeit danach war ja mit Carina und Serkan noch Drama, das habe ich die ganze Zeit mitbekommen, aber ich kann mir vorstellen, dass sie jetzt Diana Maria machen wollte, komplett easy going und deswegen die ganze Zeit einen auf chillig gemacht hat, dass sie cool und chillig ist mit allem, dass sie nicht wieder wie die größte Zicke da rüberkommt und deswegen kann ich mir auch noch vorstellen, dass sie zusätzlich deswegen die ganze Zeit so, ja alles gut gemacht hat. Ja, aber man hat ja jedes Mal gemerkt, dadurch, dass sie halt sehr, sehr viel übertrieben, hyperbolisch dieses alles gut gesagt hat und jedes Mal gesagt, fass an, alles gut, was, ja kam es so eigentlich so fake rüber, dass es gar nicht so ist, was sie fühlt, weil später hat sie mit Shakira geredet, eigentlich hat sie, sie empfindet ja was für Ja, sie hatte schon Panik, sie hatte schon Panik, das hat man gemerkt. Ich finde auch übrigens immer, dass das Date in diesem Pool, wo jetzt Lydia und Max waren, das gibt es ja häufiger und auch glaube ich in jeder Staffel oder so und ich finde, das ist immer so ein Notfalldate von der Produktion, wo die selber nur wollen, dass da Leute gleich irgendwie bald loslegen oder sich näher kommen. Das soll kein romantisches Date sein, sondern einfach nur so, die sollen mal schön lange zu zweit sein und sich einfach im Pool näher kommen. Irgendwie sowas ist das Date immer nur. Kein Budget, kein gar nichts. Ich finde den Max auch wirklich übergriffig, bei seiner Art, so wie er die Brüssel dann so angebissen hat und sie steht da so, ja, nein, das ist schwerer, das ist schwerer. Und ich dann denke so, oh mein Gott, also. Ich muss sagen, ich hatte auch in der Folge das Gefühl, dass ich irgendwann gedacht habe, Lydia hat gar keinen Bock darauf, sondern macht jetzt nur mit, weil Max hat das Interesse gezeigt und sie so, ja, der Kerr entscheidet, wer drin bleibt gerade. Wenn er mich geil findet, spiele ich gerade mal mit. Also ich hatte irgendwie ein bisschen das Gefühl, jetzt hat sie es ein bisschen auch über sich ergehen lassen. Meinst du? Also jetzt nicht, dass er zu aufdringlich war und sie deswegen das gemacht hat, sondern schon in die Richtung, dass er sehr stark Interesse zeigt und sie so, ach, okay. Aber hast du auch gemerkt, das soll kein Entschuldigungsgrund sein, meine Lieben? Also er war richtig besoffen, richtig besoffen. Also er war richtig besoffen und wo sie dann wirklich richtig rumgeknattert haben, ist ja auch Jana Maria kurz reingegangen, hat reingeguckt, reingeluschert. Das fand ich irgendwie richtig cool. Weißt du warum? Weil Jana Maria hätte ich nie so eingeschätzt, wie sie jetzt in dieser Staffel ist. Hätte ich nie gedacht. Sie holt mich schon krass ab. Und ich finde auch, mit Umut passen die echt gut zusammen. Die sind beide irgendwie so ein bisschen green. Ich wollte gerade fragen, wie findest du die Jana Maria Umut Beziehung? Wie findest du das? Ey, die passen wie die Faust aufs Auge, ne? Irgendwie, ich hab's auch in meiner Reaction gesagt, ich fühl's ein bisschen zu sehr langsam mit denen. Irgendwie hoffe ich, dass da noch irgendwas schief geht, weil irgendwie war's auch weird, wenn die glücklich zusammen da rausgehen und zusammenbleiben oder so. Super seltsam. Aber irgendwie sind die glücklich super healthy. Das Date von denen war auch super süß, ne? Ja, wo sie sich ja nachahmen mussten, so Spider-Man, Romeo und Julia. Romeo und Julia, Donröschen, ja. Ja, das fand ich auch richtig süß. Also die haben das richtig mitgemacht und die sind beide von ihrer eigenen Art her so ein bisschen crazy. Aber ich lieb das. Ich mach das. Ich fand auch das, was wollte ich grad sagen, was wollte ich grad sagen, das Rätsellösen fand ich super witzig, weil man hat gemerkt, dass Jana Maria im Gegensatz zu vielen anderen Trash-TV-Kandidaten ein Grundverständnis oder ein Grundintellekt hat. Bei Umut konnte ich die Fragen vorlesen und war einfach nur instant verwirrt und Jana Maria hat hier rausgehauen und gesagt, hey, die Buchstaben, die Zahlen stehen für Buchstaben, hey, das musst du anders lesen, hey, das ist Romy und Julia offensichtlich und er so, was? Ich weiß gar nicht, was hier los ist. Ja, ich fand auch süß, wie Jana Maria es gesagt hat, wir ergänzen uns voll. Er liest das richtig toll vor und ich löse den ganzen Scheiß und benutze meinen Kopf. Aber wie sie ihn auch beschützt, das finde ich auch süß. Also sie basht nicht rum. Ja, die Jana Maria hat recht nicht die Glänze in dieser Staffel. Jemand hat auch grad geschrieben, die freuen sich auf Wiedersehen. Das wird das Highlight, das darf ich. Aber weißt du, worauf ich mich am meisten freue, ist, der Janik hatte ja was mit der Emily, ne? Er hat das ja bis dato überhaupt nicht erwähnt. Und bei der Wiedersehen-Show wird das Ganze ausdiskutiert. Auf jeden Fall. Ich bin mal gespannt, ob das noch hält. Zwischen Mimi und Janik. Ja, ich kann mir irgendwie... Ich habe eben eine Story gesehen von La Poche Vita und sie ist gerade bei Mimi gewesen. Sie sind ja befreundet. Und ich will da... Ich sehe jetzt nicht so... Ich habe keine Ahnung. Ich habe nicht gefragt. Aber Paula hat so gemacht, hey, mein Video für Folge 6 ist online. Wie finden wir... Oder finden wir es geil, Mimi? Und Mimi so, nein. Also könnte ein Scherz sein, aber vielleicht hat Mimi auch schon gar keinen Bock mehr auf Bachelor in Paradise. Und das würde ich ja dafür stehen, dass das nicht so gut liefst. Okay. Das kann ich mir gut vorstellen, weil bei der Wiedersehen-Show sollst du ja richtig abgehen, ne? Die ist ja schon abgedreht. Echt? Das habe ich noch nicht gehört. Ja. Die ist schon abgedreht. Wir hatten ja letzte Woche unser Live-Talk und davor der Donnerstag. An dem Donnerstag waren ja alle in Köln, ne? Hatte ich doch gesagt, alle waren noch in Köln. Und da wurde es... Ah, und dann haben die sich gegönnt. Okay, okay. Ja. Es ist jetzt auch nur noch nächste Woche Finale und dann Wiedersehen, oder? Oder wird das das Finale? Ich glaube, nächste Woche Finale und dann Wiedersehen und dann vor Weihnachten ist der Drops hier schon gelutscht, ne? Ach so, okay. Ich glaube schon. Also ich habe online geguckt. Das finde ich immer problematisch. Ich gucke online nach, wie lange diese Sachen immer laufen und dann steht da das Datum und manchmal ist das Wiedersehen mit drin und manchmal nicht. Und dann sehe ich mir so, was denn jetzt? Deswegen, ich glaube, also da steht, die letzte Folge kommt am 20. was ja noch vor Weihnachten wäre, wäre ja okay. Ja. Fertig. Und bei Temptation Island kommt halt die letzte Folge, kommt ja das Wiedersehen nach Weihnachten. Deswegen ist es so, keine Ahnung, was die da machen. Also älter Weihnachten, warum nach Weihnachten? Also jetzt, nächste Woche kommt dann bei Temptation Island, jetzt Dienstag, kommt ja, ich glaube, das erste Finale, das Finale, ja, von Michelle und Gigi und von Aurelio und Lala und darauf die Woche kommen Alex und Christina und Tommy und Sandra und dann kommt darauf auch erst das Wiedersehen. Das sind drei Wochen und das ist ja dann nach Weihnachten. Aber krass, ich habe jetzt gesehen, dass Christina nach Deutschland geflogen ist. Ich dachte jetzt, am 13. wäre die Wiedersehen-Show von denen. Das kann, nee, wird vielleicht aufgenommen, aber wenn sie ausgestrahlt wird, ist ja. Hast du genau, die wird aufgenommen, am 13. dachte ich. Ausgestrahlt natürlich. Aber ich finde das immer strange, wenn sie das dann machen, während die Show läuft. Ja, das stimmt. Aber man muss also, vielleicht, keine Ahnung. Obwohl, vielleicht ist es dann nicht mehr wichtig, weil die machen, die können es ja ausstrahlen, weil jetzt kommen wir nur noch das Finale. Und das Finale ist ja nur noch, das kennen die ja, die wissen ja, was passiert ist. Also die kennen ja die Szenen. Also, manches hat ja die Sendung weggelassen, ja okay, aber jetzt kennen die ja alles, was ausgestrahlt wurde, weil beim Finale ist entweder für die irrelevant, weil Christina ist ja egal, was jetzt Lala noch gesehen hat und ihr eigenes Finale kennt sie ja. Sie hat ja die Finalbilder von Alex alle bekommen. Also deswegen können die das glaube ich ja ausstrahlen. Ah, okay. Ne, dann ist es ja okay. Ich bin gespannt echt drauf, also wie Christina da echt reagiert. Wollen wir rüber zu Temptation Island oder noch bei Bachelorette in Paradise bleiben, weil mit der Dusche... Wie sind wir überhaupt gerade zum Temptation Island gekommen? Ja, wir haben über die... Ach ja, wegen der Ausspringen und Wiedersehen. Genau, genau. Wie ist das passiert? Ja, die Duschszene können wir gerne noch kurz bequatschen. Also, aber wir haben die eigentlich gerade, oder? Hast du da noch was Geiles? Was ich halt interessant finde bei dieser ganzen Sache, ist halt, dass er halt wirklich richtig so im Suff ist, Er ist auch richtig so ein Schluckspecht, ne? Also, ich glaube, die trinken wirklich Tag und Nacht, ne? Also, ich kann es mir nicht anders vorstellen. Lydia kam ja schon mit dieser riesigen Sektflasche rein und Jade, wuhu, Alkohol! Ich sag so, Girl, es ist mittags, beruhige dich bitte. Also, das ist, also, ja. Aber Jade ist ja auch immer im Suff gewesen. Boah, Jade ist, ich glaube, Jade kann sich nicht mehr an Bitch in Paradise erinnern. Sie guckt sich wahrscheinlich diese Sendung an und denkt sich so, oh, denkst du, war ich da? Oh, krass. Also, das kann ich mir vorstellen. Oh, hallo, Steffen. Ja, und was ich da sehr, sehr wichtig finde, ist halt, Marc stehen hier auf und reden darüber und die haben gar nicht darüber irgendwie überhaupt eine Ahnung, dass die überhaupt weg sind, dass Jade weg ist. Ja, die beiden, Yvonne ist da. Wenn sie reinkommen will, wie spät haben wir es denn? Dann komm rein. Yvonne, wenn du reinkommen willst, komm rein. Dann reden wir über Temptation Island, ne? Das ist echt so, dann machen wir schnell noch ein bisschen ein paar Rest, weil dann ist mir noch eingefallen, dass die kurz, Daniele und Michi auch am nächsten Morgen, glaube ich, so ein bisschen Jade auch die Schuld geben wurden oder irgendwie so, Jade hat Mixed Signets geschickt oder so, irgendwie sowas, wirklich das, oder? Lass mal die Sache mit Max, meinte er doch irgendwie von wegen, das ist deren Problem oder auch wo Jana Maria und Jade ja reingegangen sind, ne? Da hat er auch vor der Tür gesagt, so von wegen, lass sie doch, ihr könnt doch nicht einfach so reinplatzen oder so, weißt du? Ja, da war er nicht auf der Seite von Jade. Ja, ja. Ja, also das fand ich halt, der hat ja auch die ganze Zeit gemeint, oh, sie kriegt jetzt das, was sie verdient und bla bla bla, also der war ja richtig hier drauf. Aber was denn, das war, okay, das ist nicht in Ordnung, ne? Aber das ist noch ein Tick heftiger, wenn dein Typ, mit dem du gekappelt bist, auf einmal am Abend da mit einer anderen rumnudelt, ne? Vor allem, weil die ja noch wenigstens in Love waren. Jade und Danilo waren ja nicht mehr so in Love und wollten, die waren ja schon auf dem, wir passen doch nicht zuseinander. Dann war Jade halt nur ein bisschen voreilig und Danilo hat sich verraten gefühlt und also, ist halt schon Difference zu wir hängen voll aufeinander ab und der nudelt die nächste durch. Also, unterschiedlich. Das war schon krass. Und er ist ja morgens aufgestanden, er wusste echt nicht, wo vorne und hinten ist, ne? Deswegen, wahrscheinlich, ihn hat es auch so krass getroffen, dass sie dann irgendwie abgebrochen hat. Er hätte es natürlich nie gedacht. Er dachte, er redet ihn darüber. Ich glaube, so einen Funken Charakter hat er noch, ne? Ich habe mir eher gedacht, dass der mit Lydia schläft und Bock drauf hatte und am nächsten Tag mit Jade redet, ey, war jetzt ein Ausrutscher, verzeihst du mir, wir beide. Also, ich hatte so, Max wollte nur einmal kurz mit Lydia schlafen, aber weiter Jade kennenlernen und hat es voll nicht gerafft, dass das nicht okay ist. Ja, aber ich muss auch dazu sagen, so Jade hat das Ganze einfach so leicht hochgeschaukelt, ne? So nach dem Buch alles gut, gar kein Problem und Max meinte ja auch so, man hat keine andere Frau wie Jade, ne? Die so im gleichen Level ist oder auf dem gleichen Level, wo sie gar kein Problem damit hätte. Ja, ich finde, aber ich finde, wenn sie die ganze Zeit alles runterspielt mit, ne, kein Problem, ich bin nicht eifersüchtig, lernen sie ruhig kennen, finde ich vollkommen okay als Haltung, wenn man weiß, also die haben ja offensichtlich klar gemacht, sie haben Interesse und wenn Jade dann sagt, hey, alles okay, kannst du ja ruhig auch kennenlernen, also kannst du ja mal quatschen und ich bin jetzt nicht eifersüchtig, finde ich nicht, dass das irgendwie hochschaukelt, weil ich finde, das ist sogar eher eine sehr normale und gesunde Haltung, wenn man sagen kann, hey, ich habe Interesse an dich, ich finde alles schön, aber ich will dich jetzt nicht beim Kennenlernen einengen. Aber es ist ja dann, es gibt ja einen Unterschied zwischen, ich werde auch nicht eingeengt und ich schlafe halt mit jemandem. Aber hätte Jade eigentlich zu Lydia gehen sollen und sagen sollen, Lydia, also ich verstehe das ja, aber er ist so mein Couple, also ich lege ganz großen Wert, wenn du da nicht irgendwie weitergehst. Nö, glaube ich auch nicht, einfach weil in der selten Sendung ist das super weird, wenn du dann diese Besitzer anstößt. Ich finde, also ich finde, wenn die zusammen sagen, hey, das ist so ein bisschen Anspruch. Ja, ja, eben. Ich finde, wenn die beiden sagen, hey, wir wollen uns kennenlernen, dann haben die auch so eine gewisse Verantwortung gegenüber, treu zu sein in Anführungszeichen. Also wenigstens Bescheid sagen, hey, das wird doch nichts mehr und dann erst loslegen oder halbwegs. Bescheid sagen, weil da ja kaum Bescheid geben. Aber du kannst nicht als Kennenlern-Couple zur Konkurrenz gehen und sagen, geht weg von denen, das ist meiner. Das finde ich... Nein, 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 nicht geht weg, das ist scheiße und ich habe keinen Bock, das zu erleben, sondern einfach nur vielleicht mal so durch die Blume sagen, also ich empfinde da schon ein bisschen was, das würde mich richtig verletzen. Ja, ich glaube, das dürfte auch Lydia schon aufgefallen sein. Also die Couples merken das ja, also es wird ja recht schnell klar, wer die Couples sind. Aber sie hat ja am nächsten Morgen gesagt so von wegen, ja, Jade hätte mir das sagen müssen. Das kann man aber auch gut als billige Ausrede sehen. Also mir hat es richtig leid getan, mir hat es richtig leid getan, wo sie gemeint hat. Also das tat mir richtig leid für sie. Hier schreibt jemand gerade, arme Jade, sie war quasi ein Temptation. Aber richtig auch noch live Temptation. Also ich finde, es ist ja nochmal ein Unterschied, Bilder zu sehen, wie dein Typ fremd geht oder vor der Türe zu stehen, wo dein Typ gerade in der Dusche richtig loslegt und du das live mithörst und der dann kurz sagt, ha, 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 nein, ist doch okay, wir reden später und geht zurück in die Dusche. Different. Ja, ich sage dir, der war ja richtig, richtig versoffen. Der war richtig versoffen, aber trotzdem, es ist keine Entschuldigung, tut mir leid. Das muss man von Anfang an wissen, wenn man damit Probleme hat und das irgendwie als Entschuldigungsgrund benutzt. Also der hat richtig verkackt. Also ich finde es auch gut, dass er freiwillig gesagt hat, dass er geht. Also nicht wie Alex, ich bleibe weiterhin drinne von Temptation Islands. Er meinte so, ich gehe raus, das kann nicht weitergehen. Bin ich wieder da? Ja, du bist wieder da. Klappt. Oh Gott sei Dank. Bei mir warst du die ganze Zeit wie rechne ich bezahlt hättest. Ja, ich habe es gelesen. Vor allem bei mir warst du die ganze Zeit nicht da und dann war ich so, bin ich das Problem? Bist du das Problem? Aber ich finde das gerade sehr schön. Ich habe dann gehört, wie du das moderiert hast. Leute, es kann immer Probleme mit dem Internet geben. Marc ist gerade weg. Er wird bestimmt wiederkommen. Es wirkte leicht Nachrichtenagenturhaft. Ja. Wo sind wir noch? Also findest du, dass Alex und Eve richtig gut zusammenpassen? Also ich finde, die holen mich so richtig ab, die beiden. Ich fand, die kam einfach gar nicht mehr. Also in der Folge mit Dario haben die sich kurz kennengelernt und jetzt in der Folge hat man die ganze Zeit nur Rumtourte hinsehen und glücklich, aber kein bisschen von denen mitbekommen, so fand ich. Ich fand das voll süß, was ich gesehen habe, weil man so, ich würde da gerade gerne mehr wissen als die Brüste von Lydia. Kann man da nochmal die Kamera drauf halten? Also ich fand die auch süß. Die beiden sind richtig süß, oder? Richtig. Richtig süß. Was denkst du, ziehen denn Jana, Maria und Umut nach Köln? Das war auch, ich finde, das klingt einfach so wie ein Fantasieplan mit das fänden wir schön, aber das passiert doch nicht. Okay, ja. Also ich glaube, bei Danilo und Shakira glaube ich nicht so. Nö, ich glaube, das ist so ein voller Sommerflirt. Irgendwie habe ich schon wieder von Leuten gehört, dass Danilo jemand anders am Start hat. Ja, ja. Er soll ja schon vergeben gewesen sein, als er da reingegangen ist. Ja, das war aber bei Danilo auch bei Are You The One Reality Stars? Da kam schon das Gerücht auf. Also anscheinend ist er einfach die ganze Zeit vergeben und geht trotzdem in die Datingformate. Süße, ja, ich muss mich jetzt ein bisschen ausüben, also so ein bisschen austoben, wenn man eine offene Beziehung hat. Vielleicht geht es auch so, Süße, ich gehe in so ein Format, ich küsse mit Menschen und wir kriegen am Ende 10.000 Tacken, ich teile mit dir und die Frau sagt, ja, okay. Ja, genau, oder wir nudeln. Aber die nudeln ja auch die ganze Zeit. Da sagt ja Danilo auch, wollen wir unter die Dusche? Haben Shakira und Danilo, stimmt doch, die hatten auch, stimmt, am Anfang der Folge haben die ja sich beim Duschen unterstützt. Genau, ja, 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 ganz genau. Was meinte, was meinte irgendwie, Max meinte, wir haben uns gegenseitig eingeschäumt. Ich finde immer, wir wissen ja, wir hören es und wir wissen alle, was passiert ist. Können die nicht bitte einfach sagen, die haben richtig einen weggebankt? Das wäre besser als immer dieses, ja, er war schmutzig und ich habe ihn ein bisschen sauber geruppelt. Dann wisst ihr auch Bescheid, so was eigentlich passiert ist. Also die haben auf jeden Fall eine Palme gepflanzt. Ja, aber ich frage mich, da können die das nicht einfach sagen. Das macht es viel besser als diese ganzen kindlichen Darstellungen. Das stimmt, ja. Okay, wir gehen weiter über zu Temptation Island. Harter Cut, okay, können wir machen. Unfaithful. Das war so, und also die beiden haben es halt hart gefühlt. Ey, das geht gar nicht. Und wenn ich mir dann die Storys von Alice angucke, denke ich immer so, ey, wirklich, lass es sein, du hast so richtig reingeschissen. Man kann das einfach nicht mehr wegmachen, geht nicht mehr. Entschuldige dich doch einfach nur. Ja, das, also, ich frage mich auch die ganze Zeit noch, wussten sie, wofür ein Temptor steht? Wissen sie das oder wissen es nicht? ich weiß nicht, Alex meinte so von wegen, er hat ja die ganze Zeit nachgesungen, ne? Und dann dachte ich so, mitgesungen. Dann dachte ich so, hä, das musst du doch wissen, kannst du kein Englisch? Und, und sie hat ja auch, sie fand das ja auch richtig toll. Zuerst meinte sie, unbreakable, meinte sie auch noch. Nein, nein, ist das nicht unfaithful? Ne? So richtig überzeugt. Also, dann würde ich mir doch so richtig klick machen, so, auch wenn einer besoffen ist. Ah, untreu. Ja, aber die können, also ich glaube, die können ja alle nicht Englisch. Also, die sind ja eh schon nicht schlau. Und dann, aber, allerdings bei Alex würde ich das nicht denken, weil er ist ja auch so, ja, was muss ich sagen? Alex, nee, Alex, Alex hat nur die Gabe, sich ein bisschen klüger zu stellen, als er ist. Aber, das ändert er nicht dran. ein bisschen manipulativ ist er, ne? Ja, das auch, aber ich glaube, will er immer nur klug wirken, aber ist es halt nicht. Also, das merkt man ja recht schnell bei ihm. Dieser Typ, das geht überhaupt nicht. Also, so wie er auch, ist er so richtig auch manipulativ, aber, ich glaube, bei Christina hat er es geschafft, aber natürlich konnte er uns nicht damit irgendwie, naja, Christina ist halt auch jetzt, auch nicht der stärkste Charakter, also, das muss man ja auch wieder sagen. Also, ja, das stimmt wohl, ne? Also, ich muss sagen, also, immer wenn ich dann in den Templation Island gucke und über Christina nachdenken muss, also, das macht mich schon so traurig, wo ich denke, so, mein Gott, scheiße, das zweite Mal schon, ne? Kann doch nicht wahr sein. Das schlimmste, wo man immer noch sagen muss, bei Salvatore war es halt, fand ich nicht so schlimm, wie mit Alex, weil bei Salvatore war es ja damals so, er hat ja auch dann, er hatte ja nur kurz gebussied und es war keine Liebe und keine Gefühle, sondern einfach nur, er war einfach scharf auf die und hatte so eine komische Logikverständnis und bei Alex war es sehr richtig, ich verarschte dich richtig hart von vorne bis hinten und noch nicht fertig. Das ist ja, der war ja. Ja, er dachte wahrscheinlich, dass die Zuschauer denken würden, oh Gott, was für ein Asi-Girl hast du da, wir gönnen dir eine tolle Frau. Und dann? Dass die Zuschauer das denken, oh mein Gott, wir sehen eine richtige Love-Story, gucken wir uns jetzt an, das finden wir romantisch. Das dachte er wahrscheinlich, das ist voll nach Ritten losgegangen, weil ich meine, hallo, du gehst ihr da fremd, also auch wenn du ihr irgendwie keine Zunge in den Hals schiebst, du gehst ihr fremd. Es wurde verboten, untereinander, haben sie Regeln aufgestellt, dass keine Frau, keine Verführerin bei ihnen im Zimmer schlafen darf. Die nicht mehr aufhalten darf, das ist das Schlimme, es dürfen sich nicht mehr Frauen bei ihm aufhalten und der hat dann irgendwann die Regel verändert einfach und sagt, daran halte ich mich aber. Aber er ist sich auch so sicher, er sagt ja von wegen, ja, ich habe nichts Falsches gemacht, aber Tommy tut mir richtig leid. Tommy ist am Arsch. Also der ist, also ich bin da sehr gespannt, wenn die jetzt fertig sind, ob die es noch geschafft haben, irgendwie zueinander gefunden zu haben, weil irgendwie glaube ich den beiden auch, dass die es irgendwie vielleicht noch mit Reden gewuppt bekommen haben. Also ich glaube, ich glaube, dass die dort Schluss gemacht haben, weil Tommy kam mit der ganzen Story nicht klar. Ich bin mal gespannt, wie es mit Lockhe jetzt nächste, also am Dienstag wird, ob es schlimmer wird, ob die irgendwie miteinander rummachen. Ich glaube, wir sehen nicht mehr viel. Wie bitte? Ich glaube, wir sehen Dienstag nicht mehr viel Flocke, Sandra, weil ich glaube, jetzt kommt Christina, sieht ihre Bilder von Alex, das war es in der Vorschau gezeigt wurde und dann ist dann, relativ schnell wird der Cut sein zu Final-Dates Gigi, Michelle, Lala, Aurelio. Ich glaube, die nächste Folge wird nur das Finale von den zwei Paaren sein und ein bisschen Christina. Ich glaube, wir werden Sandra, Flocke erst darauf die Woche sehen, vielleicht, also wenn die ihr Temptation-Date halt haben. Ah, okay. Ja, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Dann werden mir eigentlich so lange, wahrscheinlich werden das nur 30 Minuten sein, oder? Dass sie zeigen, was sie zeigen. Was meinst du? Nee, ich glaube, die Folge wird ganz normal lang dauern. Die kriegen das gestreckt. Die strecken das auf jeden Fall. Ich glaube, bei Lala und Aurelio wird es vielleicht ein bisschen problematisch, weil das Wiedersehen wird es sein, die setzen sich hin und dann sagt Lola wahrscheinlich, ich wollte gerade Lala sagen, ich sage Lola wahrscheinlich, hier sind die tollen Bilder deines Partners und dann sehen wir uns an, wie sie treu waren und wir sitzen da so, oh cool, Aurelio im Stuhl, Aurelio auf dem Sofa, Aurelio auf dem Liegestuhl, Aurelio auf dem Sessel. Cool. Das wird es dann ungefähr. Aurelio schläft. Aurelio sagt ein ganz, ganz langweiliges, also genau, sein Gedicht war doch auch richtig langweilig, oder? Ja. Ich schlafe gleich ein. Und dann auch, wird es sein, oh wow, Aurelio sagt zu einer Aktivität nein, das ist ein Mann. Und dann sieht man Lala, wie die ganze Zeit die anderen Beziehung fixen will und Aurelio, das ist meine Lala. Dann küssen die sich einmal, sagen danke Lola fürs Cash und gehen. Und dann kommt Gigi und Bisch. Du bist bei stehen geblieben, warte mal kurz, Marc. Also ich glaube, dass Sandra und Tommy beim Lagerfeuer irgendwie Schluss machen, dann wieder draußen so ein bisschen zusammenkommen und versuchen irgendwie die Beziehung zu retten und danach merkt glaube ich Tommy, ey, das wird nichts. Und dann wieder Schluss machen. Bei dem Ende bin ich noch nicht. Also ich glaube auch, dass sie sich trennen, als sie aus Temptation rausgehen. Dann haben die wieder eine Annäherung und quatschen und da habe ich, ich glaube genau 50-50, obwohl ich bin eher bei der Meinung, die schaffen es ein bisschen. Also ich bin so 60-40, dass die es schaffen und 40, dass sie es halt voll verkacken. Aber dass sie sich trennen, die Annäherung haben, bin ich voll bei dir. Ja. Also die Annäherung ist da, weil Sandra fühlt es ja nicht so. Sie fühlt ja nicht so, von wegen, dass sie irgendwas Falsches gemacht hat. Habe ich das Gefühl. Ich kann mir auch vorstellen, dass es ja, also wir hatten ja schon, oder weiß ich nicht, doch wir hatten ja schon die Vermutung, dass sie sich vielleicht abgesprochen hat mit Flocke in der Sendung, dass die ja ein bisschen was Provokantes zeigen und deswegen wird sie das vielleicht auch alle, Quatsch, Alex, Tommy erklären und dann mal gucken, wie darauf Tommy reagiert. Aber krass, dass sie das unter sich machen, aber gerade der Tommy, der weiß davon nichts, weißt du? Du bist ja halt getrennt voneinander. Du kannst ja schlecht mit deinem Partner drüber reden, aber wenn es eine geile Idee ist, machst du. Ah ja. Also Gigi und Michelle werden sich auf jeden Fall trennen. Ja, vor allem da dürfen wir uns locker 20 Minuten anschreien anhören. Also dann werden wir erstmal die Bilder sehen, wie Michelle sich benommen hat und dann wird Gigi sie die ganze Zeit anmeckern und dann wird Michelle sagen, ja, irgendwas und dann sehen wir die Bilder von Gigi, genau in der Reihenfolge. Wir werden dann die Bilder von Gigi sehen und Michelle schreitet so was von zusammen und rastet so aus und dann, nee, wir sind kein Paar mehr. Und er so, okay, nein. Und dann sagen die Ciao. Also ich würde auch nur den Part zeigen, so wir sind kein Paar mehr, das war es auch. Weil irgendwie habe ich keinen Bock auf diesen ganzen Streit zu zeigen, weil irgendwie für mich ist das die ganze Zeit so gewesen. Ey, Melli, danke schön. In acht Minuten oder in sieben Minuten schließt sich ja Insta, dass sie Bescheid wissen. Was haben wir noch? Hier, Christina und Alex, ja klar, das wird halt richtig bashen irgendwie, oder? Ja, ich glaube, also ich kann mir vorstellen, dass Alex versucht, sehr ruhig zu bleiben. Also er wird kaum was sagen, wird sich sehr wenig rechtfertigen, weil er einfach dann checken wird, egal was ich sage, ich bin am Arsch, also ich kann jetzt nicht, ich bin fremdgegangen, ich kann nicht und sie wird komplett eskalieren und er wird so machen. Aber meinst du, da kommt noch was zwischen Alex und Vanessa? Weil du meinst, es wird keine Szenen mal irgendwie von der Bilder gezeigt, weil Final End irgendwie ist. Ja, doch, also ich glaube, ich glaube, Christina kriegt jetzt die Szene Vanessa und Alex und dann, Meinst du das Gedicht? Ja, wahrscheinlich das Gedicht und dann werden sie, also von der Kontinuität, gehen alle gleichzeitig, glaube ich, auf ihre Final Dates, die gehen, glaube ich, alle gleichzeitig, aber wir kriegen die Folge, halt erst Michelle, Sandra und dann bla 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 zu sehen, deswegen glaube ich nicht, dass wir noch mehr Content, Vanessa, Alex kriegen, von Christina, außer dann das Lagerfeuer, also das Final Date Lagerfeuer. Ja, okay, das kann gut angehen, das stimmt, ja. Ja, ich bin gespannt, also ich bin voll gespannt. Wie fandest du denn die Temptation-Folge insgesamt, die Staffel? Oh, schwierig. Sag ja, wie du es die fandest, ich muss drüber nachdenken. Also ich fand, ich fand die richtig gut, also mir hat es richtig gut gefallen, wir hatten eigentlich alles, weil das Ding ist halt, klar, bei Gigi und Michelle, die sind jetzt schon seit 4, 5, also die haben ja 5, 4, 5-4-Formate schon mitgemacht und ich glaube, da hätte man auch nichts retten können, auch wenn die irgendwie nicht zusammen sind und das Zusammenspielen, aber bei Gigi habe ich schon gemerkt, so der ist immer noch so verknallt, in die Michelle, aber Michelle hat irgendwie schon abgeschlossen, habe ich das Gefühl, aber die schauspielern sehr, sehr schlecht. Aber bei Alex und Christina hat man es also richtig gemerkt, ne, das ist alles so mit Herzblut, alles ist dabei. Also ich fand das, mich hat es wirklich richtig abgeholt, mir hat es richtig gut gefallen, die Temptation Island-Folge, die Staffel. Also ich sehe das glaube ich ähnlich, aber doch anders. Mich haben, also ich fand Lala Aurelio und Michelle Gigi komplett unnötig für diese Staffel. Also mir ging auch ab Sekunde 1 der gesamte Drama sowas von hart auf den Nerv. Ich war ja ganz so, muss das sein, bitte, warum seid ihr da? Also einfach geht weg, bitte für immer. Und das hat mir sehr den Spaß geraubt in der Staffel, weil ich hatte das Gefühl, wir hatten nur zwei Paare gehabt, wo was passiert. Also da mir Gigi und Michelle am Arsch vorbeigehen, Gigi hätte vor der Kamera eine Orgie mit zehn Frauen haben können, das wäre mir so egal gewesen, auch für Michelle, weil ich mir denke, was soll denn der Quatsch? Lala und Aurelio waren unnötig und deswegen hatte ich das ganze Gefühl, wir hatten nur zwei Paare bei dieser Staffel und dann ist das wieder doof, weil das war irgendwie, fühlte sich so wenig an. Ich habe die ganze Zeit gedacht, das ist für mich jetzt irgendwie doch zu wenig passiert, obwohl voll viel eskaliert sind. So fühlt sich das glaube ich an. Voll seltsam das Gefühl. Ja. Also mir hat es gefallen. Also es ist ein gemischte Gefühl. Ich glaube, ich muss das so ein bisschen noch, wahrscheinlich nächste Folge oder am Ende kann man erst so richtig darüber reden, aber mir hat es eigentlich ganz gut gefallen. Wenn ich das so vergleiche mit Paulina und hier den Stoltenberg. Henrik. Ja. Henrik. Irgendwie gefiel mit der, nee, ich glaube mir gefiel die letzte Staffel mehr. Die letzte klinische Staffel hat mir mehr gefallen. Ich glaube schon, ja, die letzte VIP-Staffel. Wegen halt den beiden Paaren, die jetzt, also wir haben, ich fand auch Sandra und Tommy sind halt, sie ist halt, ich will Rosen haben und bin deswegen sauer und er, sie liegt da mit dem. Das, also, ja, ist ein bisschen too close und ein bisschen too much, aber bei denen habe ich die ganze Zeit immer noch das Gefühl, die müssten nur reden und dann wäre das, der Drops ist auch gelutscht. Aber es geht ja gar nicht darum, dass sie da mit ihm kuschelt oder so. Es geht ja darum, was Sandra über Tommy sagt. Ja, auch, auch. Das ist der Verletzende. Ich glaube, Tommy ist auch ein sehr, sehr sensibter Mensch, also, was das angeht. Aber das ist mein Problem. Ich glaube, die ganze Zeit bei denen, die müssen, auch die, die müssen einfach nur miteinander quatschen und das Problem wäre gelöst und dann hätte man das ja schon. Also, irgendwie ist der Hauptfokus, finde ich, das einzig Schlimme richtig, richtig Schlimme, Alex und Christina und dann ist mir das schon wieder zu wenig, weil das auch so, er wollte ja fremd gehen und das ist ja auch dann wieder, also irgendwie, alles wirkte so, die ganze Staffel wirkte gestellt. Ich meine, Christina war dann diejenige, die halt gearscht ist, weil die das gar nicht durchschaut oder gesehen oder ich weiß auch nicht. Ja, das ist echt hart. Also, es tut mir total leid. Also, wir haben auch jetzt schon ein paar Minuten, sind wir durch, ne? Mit Insta. Mit Insta sind wir durch, Leute. Nivia, ciao. Ja, ja. Hast du noch irgendwas, was du noch bereden möchtest bei Camp Tech? Nee, tschö. Tschüss. Ich glaube nicht. Ich freue mich jetzt aufs Zeitfinale, ich habe es natürlich auch noch nicht geguckt. Da bin ich irgendwie so, also, nicht aufs ganze Finale, das erste wird jetzt so, bitte seid durch, aber ich freue mich aufs große Finale. Also, hast du schon geguckt? Gar nicht. Bist du ja schon da? Nein, ich habe es ja nicht geguckt, aber nein. okay, schade. Ja, okay, meine Lieben, auf jeden Fall, war das auf jeden Fall ein schöner Abend mit Marc, also, ich fand es echt, mit zehnmal alle auf, die dabei waren, Marc und Tana. Marc und Tana, ja. Ja, Yvonne und Tobu konnten leider nicht, ne? wir wollen das so verraten, wir haben uns alle verraten. Das Interview mit Lola, ja, Lola hat eine Meinung und darf sie von Temptation Island aus nicht sagen. Was sollen wir denn dazu sagen, Leute? Ich habe auch nicht, ich habe das mitgekriegt, also hat sie ein Interview geführt oder? Ja, sie hat ein Interview geführt, dass sie genauso denkt wie wir, aber bei Temptation Island als Moderatorin nicht so parteiagreifend darf oder nicht so viel sagen soll oder nicht so die Sophia Tomala raushängen lassen soll, gefühlt. Ah, okay. Also, ich finde, das Interview steht für sich, was sollen wir dazu sagen? Dann können wir nichts sagen, ja. Eine Minute noch. Okay, tschö. Der Live-Talk kommt bei Tana hoch, wenn er den Anfang verpasst hat, also du willst den irgendwann hoch, morgen oder so wieder. Erst mal bei Insta und dann lade ich den so, ja, morgen, übermorgen. Kannst du dir mal angewöhnen, das dann einfach parallel beim Insta stehen zu lassen, bis wenigstens meine Story weg ist? Immer bewerbe ich diesen Kack in meiner Story und dann löschst du es eine Stunde später und alle so, na, keine Story, fühlst du nichts? Und ich so, Tana. Ja, also das Ding ist halt, ich packe die weg, weil ich dann denke, so von wegen, dann können die Leute das mal auf YouTube gucken, weißt du? Dann pack es aber gar nicht mehr auf Insta. Das verwirrt sonst ja alle. Dann soll ich bis YouTube warten. Okay, dann mache ich das so. Oder ich bewerbe es nicht mehr. Nein, genau, du sollst auch nicht bewerben. Bewerbe es einfach nicht, wenn es bei Insta ist, weil es bei YouTube ist, schicke ich dir das ja. So machen wir das. Dann haben wir das auch. Dann haben wir das Thema geklärt hier. Ja, hat mich sehr gefreut. Nächste Woche sind wir zu viert und jetzt wird gechillt, Leute. Habt noch einen schönen dritten Advent, ne? Ja, wünsche ich euch auch. Du auch natürlich. Tschüss, tschüss. Tschüss, Marc. Tschüss.